Die Neue Republik Die Neue Republik Könnte das schon zu auffällig sein? Schließe dich einer Crew der Republik an und tu, was nötig ist. Clivian Eddacus, 32 nach der Schlacht von Yavin. Nachricht Ende. Tatsächlich suchen wir noch Leute. Wo genau es hingeht, wissen wir noch nicht. Es könnte überall hingehen. Laten Sie die Mission? Nicht allein. Hallo? Sind Sie da drin? Ich weiß, dass Sie da sind. Senator Nathas hat es mir gesagt. Hallo? Commander? Take Archiron. Öffnen Sie die Tür. Was ist? Mein Name ist mir egal. Sie verstehen nicht. Sie sind mein Vorgesetzter. Dein Vorgesetzter? Das würde ich wissen. Ich wurde Ihnen gerade erst zugewiesen. Zugewiesen? Von wem? Es kann nicht sein. Seit Sie mit Ihren Freunden Ihren Widerstand gegründet haben, nehmen die Anschläge überall an den Galaxies zu. Verschweigen Sie uns etwas. Ihre Organisation ist nicht weniger kriminell als Söldner, Kopfgeldjäger, Piraten und... Die Rebellion zur Zeit des Imperiums. Wenn Sie mir unterstellen, der Widerstand hätte auch nur im Ansatz etwas mit den Anschlägen zu tun... Senator Nathas, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es wirkt verdächtig. Das können Sie nicht bestreiten. Der Widerstand ist an nichts schuld. Wir existieren uns schon seit vier Jahren. Dass die Republik ihr Militär aufgelöst hat, war der größte Fehler seit... Birk, Ihr Besuch war mir eine Freude. Ich werde nun Tech in die Mission einweihen. Die Freude war ganz meinerseits, Senator. Dass gerade ein Verräter das leiten wird. Ich dachte, jeder, der beim Widerstand ist, sei ein Verräter der Republik. Er wirft es dir immer noch vor. Auch nach 28 Jahren. Und du? Wirst du es mir noch vor? Cole war auch mein Freund. Aber darum sind wir jetzt nicht hier. Du hast ja schon Bekanntschaft mit Rob gemacht. Rob Travis ist private im Widerstand. Er wird dich auf deiner Mission begleiten, zusammen mit einigen anderen. Du schickst mich echt noch los? Du bist einer der Besten, die wir haben. Außerdem dürfte es nicht allzu stressig für dich werden. Du musst dich nur ein wenig umhören. Informationen für mich sammeln. Ich komme auch mit. Und diese Matschspäne von Politiker auch. Rob, funktioniert das Schiff? Nein. Und wie macht sich die Crew? Die scheinen sich nicht darum zu kümmern, was überhaupt die Mission ist. Nur einer hat gefragt, wo es überhaupt hingeht. Und ich würde es auch gerne wissen. Es heißt, Streitkräfte des Imperiums hätten sich neu formiert. Das Imperium kehrt zurück? Die meisten glauben nicht daran. Am wenigsten die von der Neuen Republik. Wir sollen Beweise sammeln. Der Widerstand und die Republik müssen zusammenhalten. Und wo geht es nun hin? Ich habe lang recherchiert. Und mir scheint Aduma am logischsten. Seit Tagen gibt es Anschläge in allen Systemen in der Nähe. Nur auf Aduma selbst nicht. Doch gerade dort sind die großen Metallproduktionen. Also wird dort der nächste Anschlag sein? Eben nicht. Ich denke, von dort aus werden die Anschläge organisiert. Sag unserem Steuermann Bescheid. Ich habe schon kleineres als eine Flotte in der Galaxis gesucht. Wird eine lange Reise. Sind Sie Lance, der Steuermann? Der bin ich. Wohin fliegen wir? Ich habe den Private gefragt, aber der wollte mir nicht antworten. Es ist mir selbst ein Rätsel. Der Commander weiß es wohl selbst noch nicht. Würden Sie... Würden Sie das Schiff woanders hinlenken? Ich hätte ein Ziel. Sie wollen mich bestechen? Das wird wohl nichts. Ich höre nur auf den Commander. Hören Sie mir genau zu. Es ist wirklich wichtig. Entschuldigen Sie mich. Der Private kommt. Rob. Tech hat endlich ein Ziel. Er will nach Aduma. Nach Aduma? Das ist am Rand der Galaxis. Am falschen Rand. Er ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Er ist ein Ziel. Er wird Eat. Er ist ein Ziel. Aufsicht. Er ist ein Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020